Ihr seht ein Schachbrett und ihr werdet euch alle einig sein, dass das Feld A dunkel ist und das Feld B hell ist. Gibt es jemanden, der das anders sieht? Nun, auch hier sind wir einer Halluzination erlegen. Es ist einfach nicht das, was de facto da ist. Ihr seht etwas, was es nicht gibt, was es nur in eurem Unterbewusstsein gibt. Das werde ich euch beweisen. Feld A und Feld B haben nämlich exakt dieselbe Farbe. Ich habe Feld A mal ausgeschnitten, damit ihr es mir auch wirklich glaubt. Und auch hier werde ich zeigen, dass es funktioniert und dann erklären, was daran die Programmierung ist. Ihr könnt es sehen, das ist dieselbe Farbe. Und jetzt schiebe ich das langsam rüber und schaut mal, was passiert. Plötzlich hat es seine Farbe verändert, gell? Wir können noch nicht mal so etwas Simples wirklich unterscheiden mit unseren Augen wie eine Farbe. Und wie funktioniert es auch, wenn das nicht schiebt? Wie? Ja, ja, man kann es auch. Plups. Plups. Das ist einfach die exakte... Genau, ja, genau, das ist die Programmierung daran. Genau, ja, genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.